Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Roblox. Mein Name ist Klara und heute ist die Lina dabei. Genau. Ähm, ja, ich wollte mich nochmal entschuldigen, dass ich zur Zeit nicht so viele Videos machen konnte, weil ich einfach keine Zeit hatte. Aber jetzt geht's wieder. Also jetzt hab ich mal wieder Zeit und let's go. Ja, fangen wir schon mal an. Ähm, ich glaub, ihr seht schon mal, dass wir in unseren Klamotten... Nein, du trägst mich nicht. Dass wir in unseren Klamotten Löchern haben. Und ja, ich würde... Also, ich würde gerne mir neue Klamotten kaufen. Und ja, ich hab auch mein Money, ne? Wuhu, ich bin sehr reich, Leute. Okay, wieder alles einsammeln. Nein, Spaß. Hockepack, ja, okay, das geht schon besser. Nein. Okay, let's go. Wir gehen zum Laden. Laden. Achso, unser Gesicht und alles muss auch noch gereinigt werden. Vom Friseur und unserer Haar... Unsere Haar... Friseur mit Akzent. Spaß. Okay, ähm, ob ein... Wir müssen erstmal gucken, ob ein Auto kommt. Rechts, links, oben und... Sag mal, rennst du da einfach weg oder was? Ich bin schon mit dem Laden. Hast du mir zu lange gebraucht. Okay. Okay. Gefällt... Nee, diese Hose nicht. Nein. Kein Fall. Nein, nein. Was ist das? Nein. 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 Was? Guck mal, Leute, was ich anhab. Okay, jetzt T-Shirt. Äh, nee, T-Shirt ist hier, oder? Okay, Leute, wir zeigen euch das Endergebnis, was wir dann angezogen haben. Was gibt's hier? Boys. Ih, nein. Okay, Leute, also ich hab gerade mein Outfit und ich finde, das ist echt hübsch. Lina, gefällt dir dein Outfit? Jupp, mir gefällt's auch. Okay, sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Weiß, schwarz. Ich bin weiß und schwarz. Okay, Leute, jetzt müssen wir nur noch zum Friseur. Wo ist der Friseur? Keine Ahnung. Da ist die Bank. Hier ist Kaffee. Oh. Es arbeitet hier niemand. Okay. Wir können uns ja ein paar Sachen hier ein bisschen klauen, oder? Nein, Leute, klauen tun wir nicht. Natürlich. Wir packen hier mal Geld rein. Oh, lecker. Bitte schön, ein paar Monis und Kaffee, Kaffee. Oh, mein Gott, lecker Kaffee. Oh, lecker. Okay. Kaffee? Ein Donut? Nein, ich liebe, Leute. Ich liebe Kekse. Oh, aber Kurosin-Kekse mag ich nicht so. Nicht mehr so meine... Hä, das ist mein Muffin. Ich wollte schon einen Kek. Ja. Okay, nochmal für den Cookie, bitteschön. Okay, let's go, weiter geht's. Machst du dir Geld rum, oder was? Ja, damit... Oh, Bücher. Nee, ich mag Bücher nicht so. Nicht so mein Ding. Leute, wo ist der Friseur? Ich hab keine Ahnung. Fack ich nicht. Rechts, links, oben, unten. Leute, immer gucken, ob da ein Auto kommt oder nicht. Weil sonst kann der Auto mit euch einen Bumm-Unfall machen. Kommst du? Gehst du mal eine Runde baden? Ja. Der Eismann! Ice-Cream. Nee, ich hab gerade nicht so Lust auf ein Eis. Ich hab gerade schon Kaffee und Cookie gegessen. Ich auch. Nein, danke. Hä, Leute, wo ist... Bin ich dumm? Wo ist der Friseur? Hä? Gibt's ja keinen Friseur. Oh, nein, da ist das Mädchen. Welches Mädchen? Das Mädchen, dieses kleine Mädchen. Oh, nein, Leute, das nervt uns die ganze Zeit schon. Oh, ja. Ich bin gerade richtig gefloßt. Ich bin gerade richtig gefloßt. Nee, ach, ich bin noch hier hinten. Egal, weißt du, ich nehm einfach das Skateboard. Hä, okay. Hä, hast du dir eins gekauft? Ja. Oh. Habe ich schon länger. Ja, auf dem Wasser. Sag schon, Safa. Safa. Leute, Safa. Nicht vergessen. Neue Wort, Safa. Hä, gibt's hier keinen Friseur? Keine Ahnung. Hä, Leute, bin ich komplett verrückt geworden? Einmal Kaffee, um zu beruhigen. Ja, Kaffee. Habe ich auch. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Kaffee hilft immer. Nee, das reicht. Wir müssen auch mal ins Fitness, ne? Da ist der... Aha. Bin ich dumm? Ja. Hä, wie haben wir das nicht gesehen? Ups, ups. Es gibt sogar... Oh, mein Gott. Ich kann mal schnell... Nein, 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 ich will es nicht als Job. Okay. Die Arbeitskollegin kommt bestimmt gleich. Hoffe ich mal. Warte, ich bleib so lange mal hier sitzen. Können wir uns hier hinsetzen? Warte, lass uns mal einfach auf die Bank setzen. Und dann warten. Leute, und dann zeigen wir wieder das Endergebnis von unseren Haaren. Merkt euch schon mal das hier, diesen Look. Und dann gleich unser anderer Look. Okay, komm, setz dich zu mir. Komm doch. Wollen wir uns auch lange Nägel machen? Oh, wann sind wir endlich fertig? Sie ist so lange schon weg. Sind wir endlich fertig? Wow. Oh, mein Gott. Oh, das sieht viel besser aus. Leute, sieht das nicht besser aus? Hör, wir haben die gleiche Friseur. Ja. Wow. Wow, Leute. Jetzt lass ich mir mal meine Nägel machen. Ich mach mal mein Gesicht. Ich finde mein Gesicht gar nicht schön aus. Ja. Okay. Sie hat gesagt, sie ist fertig. Oh, mein Gott. Leute, wie hübsch sehen wir aus? Zeig mal. Guck mal mein Gesicht, Leute. Guck mal. Wow. Deine Zähne sind aber schön weiß. Dankeschön. Lea. Lea. Lea, sag ich schon. Lena, wann bist du endlich fertig? Ich hab schon 50 Seiten. Ich bin fertig. Endlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Sie hat dich ja extrem schön geschminkt. Findest du? Ja. Danke. Gerne. Aber du bist auch echt schön. Danke. Okay. Warte, ich mach dir deine Nägel. Nein, danke. Ich will keine Nägel. Dann machst du mir doch meine Nägel. Nö. Okay. Leute, wir... Ich hab mein Kaffee und alles. Mein ganzes Geld hab ich ausgegeben. Leute, wir haben kein Geld mehr. Ich hab noch Geld. Wir sind broke. Leute, wir sind broke. Komm. Ja, unser Haus hat... Oh, oh. Hast du noch Geld? Ja. Kannst du mir ein bisschen leihen? Ja, warte ganz kurz. Ich nehme mal meine Tüte. Weil ich muss bei mir zu Hause ein bisschen einkaufen. Für mich zu Hause. Hast du? Warte. Ja. Ja oder nein? Jetzt. Kannst du mir ein bisschen geben? Ja. Warte. So. Hast du? Nö. Hm? Hä? Hä? Kann ich das nicht geben? Oh, nö. Nicht dein Ernst. Ach, Mann. Kann man hier durch? Hä? Wir sind gerade im Supermarkt. Oh, mein Gott. Ich hab Angst. Äh, ja, genau. Cool. Warte mal. Dann hol ich einfach. Bisschen Geld vom Friseur. Okay, Leute. Ich hab ein bisschen Money. Komm. Ich hab so 50 Euro genommen. Das hat insgesamt 100. Also hat sie jetzt 50 bekommen. Egal. Okay. Chips dürfen ich wählen. Doritos. Ach so, warte. Was ist das erstmal hier so? Sind das Doritos? Ja, ne? Hey. Lina. Oh, Pizza. Ich liebe. Hä? Ja, Pizza. Okay. Wir müssen uns ja auch natürlich gesund ernähren. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Eih. Nein. Lass ihn. Geh weg. Nein. Stär auf. Stär auf. Ne. Pff. Okay. Geh weg. Geh irgendwann lassen. Ich brauch mich. Wasser brauch ich. Hab ich Wasser? Ich fahre nicht in dich rein. Hab ich Wasser genommen? Nein, ich hab kein Wasser genommen. Hä? Ah doch, jetzt rück, glaube ich. Wie hast du die Chips genommen? Du musst auf die Chips drücken, meine Liebe. Nein. Geh weg. Geh weg. Geh du doch mal weg. Nö. Lass mich jetzt. Ich bin bei den Burritos. Ja. Lass mich. Oder was auch immer das ist hier. Okay. Hä? Hey Leute, wie kriegt man das denn? Ah, okay. Hä? Ich check auch nichts mehr. Oh. Hä? Leute, meine ganzen Sachen sind weg. Ja, irgendwie nix. Oh nö. Okay, Leute, wir müssen nochmal. Ich nehm mal schnell jetzt alles direkt. Das hab ich mitgenommen. Einmal das, das, das. Und die grünen Apfel. Ich liebe die grünen Apfel. Oh Mann, egal. Ich hab zu Hause noch Chips. Pizza, Pizza. Ich kann die... Nein, nein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich brauch unbedingt Milch. Ich kann ohne Konflikt nichts leben. Cola machen. Ja, ich soll die Haare entnehmen. Okay. Eine Apfel darf nicht fehlen Bananen. Bezahlt. Natürlich müssen uns gesund ernähren. Und... Dankeschön. Ja. Okay, ich hab's jetzt. Oh, ich nehm die Einkaufswagen einfach mit. Warte auf mich. Ich komme. Nein, ich will natürlich nicht klauen. Warte, wo ist die Kasse? Nö, gar nicht, ne? Ich mach mir mal meine Pippe. Hier mit dem an der Kasse. Warte. Lina. Lina, wann bist du endlich da? Endlich! Komm, oh, 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 Leute. Entschuldigung. Rechts, links, oben, unten. Okay, let's go. Okay, egal. Haben die überhaupt unser Haus schon gemacht? Da bin ich mir nicht wirklich sicher. Ich hoffe schon. Ich will nicht in der Wildnis wieder schlafen. Ja, Leute, wir haben einfach in ein Hotel geschlafen, was einfach über 800 Euro gekostet hat. Das war so teuer. Leute, das war extrem teuer. Genau, dann hat unser Haus noch ein bisschen gekostet. Ein bisschen, sag ich schon. Furt an, so hat unser Haus dann auch noch was gekostet. Genau, und... Und dann haben wir halt so viel Geld verloren. Okay. Ja, das wollte ich mir machen lassen. Genau das. Komm rein, schnell rein. Rell rein. Ich mach das immer so. Nein. Okay. Bist du da? Ja. Oh, voll hübsches Haus. Ja, wo bist du? Ach, da bist du. Okay. Einmal Tür abschließen. So. Tschup. Okay. Ja. Jetzt packe ich meine ganzen Sachen mal. in den Küchschrank. Nein. Was ist? Was? Er hat nochmal alles von unserer Wohnung hier hingeschleppt. Oh. Oh nein. Jetzt haben wir einfach umsonst... Oh, egal. Dann esse ich mal meine Chips. Und ich komme mit meiner Pizza. Was? Welche Pizza? Oh, lecker. Oh, Lena. Oh, Lena. Ich bin voll. Ich glaube, ich muss kotzen. Oh. Oh, mein Bauch passt gar nicht mehr in meinen Rock rein. Oh, Lena. Rock? Ja, ich habe einen Rock. Ich kann nicht mehr so schnell laufen. Leute. Ich glaube, wir müssen zum Fitness. Nein. Ich würde jetzt einfach mal nur eine Pen. Ich werde morgen ins Fitness gehen. Leute, ich schmeiße meine Chips weg. Aber die waren so lecker. Ja, das ist mein Zimmer. Okay. Ich schmink mich mal ab, Leute. Oh, das dauert so lange. Oh. Aber mein Auge... Ah. Oh. Oh. Endlich. Okay, ich bürste mir noch mal schnell meine Haare. Ah. So ist viel besser. Oh. Lina. Oh, mein Bauch. Leute. Ja. Wo bist du? Welches? Ja. Ach, das ist dein Badezimmer. Ja. Schminkst du dich auch noch ab? Hast du ein Schminkzimmer? Ja, du hast hier einen Schminktisch. Aber wenn du keinen Schminktisch hast oder sowas, dann kannst du gerne zu mir kommen, okay? Ja. Oh, ich glaube, ich gehe so wie ein Zombie. Oh. Mein Bauch. Da gibt es nur eine Wohnung. Wir gehen einfach morgens ins Fitnessstudio. Genau. Oh, wir kotzen alles jetzt aus. Ich gehe jetzt mal in die Dusche. Lina, raus hier. Okay, du schminkst dich ab, ne? Ja. Okay. Oh, Lina. Mir geht es so schlecht. Mir geht es noch schlechter. Oh nein, ich glaube nicht. Ich gehe jetzt einfach schlafen. Ich mache noch was. Nicht zu. Tschüss. Oh. 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 Ich gehe mal runter. Guck mal. Ist das nicht morgens? Ist das morgens? Ist das abends, Leute? Ich habe das Gefühl, es hat jemand bei uns geklingelt. Hm. Kann sein. Okay. Ich glaube, ich habe mir das nur eingebildet. Oh. Ich habe voll Bock, jetzt etwas zu zocken. Oh. Oh. Ist es dir schlecht geht? Ja. Ich glaube, das wäre keine Betude hier, oder? Ja. Oh. Ich mache mal Licht aus. Oh nein. Der Schalter ist da hinten. Ich finde es nicht auch, dass es dir kalt ist. Ich glaube, ich gottsegleich. Mir geht es so schlecht. Liegst du schon im Bett? Ja. Oh. Tchue. Oh. Ich glaube, mir geht es schon ein bisschen besser. Lina? Ja. Was willst du? Ach, du bist auch wach. Sehr gut. Okay, jetzt putzen wir unsere Zähne. Wir machen uns jetzt eine Routine. Okay, wir gehen jetzt einfach im Fitnessstudio. Oh, mein Auge. Fitnessstudio. Ja. Ich mache es mal mit dem Gesicht und meine Hände. Warum steht die Tür so unenspalt offen? Wo? Ein Mädchen klingelt vielleicht. Sie schreibt, hallo. Egal, komm. Lass uns mal die Gardinen hier aufmachen. Oh. Es geht schon viel besser. So, ich mache mal auf alle Lichter. Mach mal von deinem Zimmer auf die Lichter. Ja. Ich glaube, du sollst auch mal deine Haare kommen. Komm mal zu mir. Ja. Ja. Muss ich so viel gehen? Keine Ahnung. Was willst du, du Mädchen? Ich bin gerade noch... Ich bin gerade erst aufgestanden. Ich bekäme mir gerade meine Haare. Oh. Ich kann nicht mehr Haare pennen. Ja. Ich nehme mich mal rum. So, und Haare zu binden. Aua, meine Haare. So, Leute. So sieht es doch besser aus. Zum Fittestudio. Ich bin bereit. Oh, ich habe echt Hunger. Ich habe echt, 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 echt riesen Hunger. Okay, ich mache schon mal Frühstück bereit, okay? Ich komme gleich runter dann, ja. Okay. Leute, ich habe ein... Ups, ich habe ein... Guck mal, sie trinken morgens Cola und sowas, ne? Ich frühe ja auch, aber jetzt... Was ist das? Öh, nee. Nee, 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 Leute. Früher habe ich auch immer Cola getrunken, aber das geht nicht mehr. Das ist nicht gut. Cola ist schlecht für euch. Ernährt euch gut, okay? Äh, wo hatte ich noch mal die Äpfel? Oh nein, sag nicht, ich habe keine Äpfel. Okay, Lina, ich komme gleich, ja? Ja. Okay. Jetzt Garage auf. Guck mal, Leute. Uh, okay. Und wieder zu. Oh, oh, Leute, ich habe kein Geld dabei. Egal. Ah, doch, ganz wenig habe ich dabei. Okay. Hm, wir müssen Äpfel kaufen, Banane und ja, was Lina mag. Och, wird grün, bevor Lina fertig ist. Oh, ein bisschen schneller. Ja, endlich. Okay. Und ich packe jetzt einfach mal hier so. Ah, hier so hin. Okay. Wird schon reichen. Wird schon nichts passieren. So, okay. Let's go. Einmal Äpfel. Äpfel. Dann, ups, ich habe schon einmal abgewiesen. Sorry. Und grüner Apfel. Und Leute, Milch. Warum lassen die hier die ganzen Türen hier offen? Oder was auch immer. Äh, nee, 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 nee. Sorry. Ich habe aus Versehen. Cola, genau. Oh, das ist, okay, das ist Sport. Für Sport. Niemand da? Okay, nichts bemerkt. Doch, ich lasse mal ein bisschen Geld da. Warte, ich habe Geld da gelassen. Ihr könnt mir jetzt nicht sagen, dass ich kein Geld da gelassen habe. Okay, let's go. Kommt ein Auto da? Nein. Nein, jetzt dann. Ich hoffe, Linus, bis jetzt noch nicht fertig. Ähm, dann mal hier hoch. Was ist das denn für ein Haus? Und einmal Garage auf. So. Einparken. Und zu. Genau. Hallo, Lina. Bist du schon fertig? Was hast du gemacht? Was habe ich Garage dazu gemacht? Ja. Ich habe mir meine Halloween-Brille angezogen. Ja, ich weiß. Ich esse. Nein, warte. Hockeball. Nein. Oh. Ja. Spring. Nein. Hey, wie kann ich springen? Spring. Ja. Okay. Hier, warte mal. Ich gebe dir mal deinen Apfel. Hä? Wo habe ich meinen Apfel? Nein, sag nicht. Ich habe jetzt den Apfel weggeschmissen. Hier, geben. Okay, war so gut. Ich ziehe die Brille aus. Ich will dir was geben. Hast du? Nimm den Apfel. Hallo, nimm den Apfel. Ich beiß dir den ganzen Apfel. Und, nimmst du? Ja. Oh, irgendwie jetzt. Bitte schön. Okay, und die Banane bitte. Mhm. Keine ungesunden Ernährung. Genau. Ich trinke keine Cola mehr am Morgen. Oh, lecker. Mhm. So, sehr gut. Jetzt gehen wir zum Fitness. Ups, ich müsste mal wegpacken in meine Tasche. So, ups. Oh nein, ist rot. Wir müssen auf diese Seite. Kommt ein Auto. Oh Mann, ich würde gerne vorbeifahren. Aber Leute, wir dürfen nicht über Rot fahren. Ah, jetzt endlich. So, einmal perfekt. Hier vorne einmal parken. Und dann gehen wir schon zum Fitness. Let's go. Okay, Leute. Das erste, was wir machen müssen, ist laufen. Let's go, let's go, let's go. Und was machst du, Lina? Hier. Ich bin neben dir. Siehst du das nicht? Ach so, du trainierst deinen Bauch. Genau. Bauch muss man trainieren. Hast du gerne Bauch? Ah ja, wir müssen Bauchmusik wegen den Chips trainieren, ne? Oh ja. Okay. Ähm, ich trinke jetzt mal wieder. Ah, okay. Eins, zwei. So, gut. Guck mal, da hat jemand etwas geklaut in den Nachrichten. Okay. Eisbrüben. Der hat Eis gekauft und dafür, ähm, also der hat Eis geklaut. Und dafür kommt die Polizei. Eigentlich schon unnötig, aber natürlich darf er nichts klauen, ne? Klauen darf man nicht. Aber Eis kostet. Wie geht das an? Oh. Du musst auf das, was denn? Ja, das ist an. Ja, auf dieses iPad muss er drücken. Ja. Ich mache jetzt mal eine andere Bewegung, Leute. 50 Kilogramm. Wiegt mehr als ich, ne? Mhm. Most wanted... Was war... Hast du deine Haare geflochten? Geflochten? Hm, na. Ich habe den Knutzer angebunden. Da oben. Da oben hast du ein bisschen geflochten. Ja, Leute. Jetzt Bauchtraining. Let's go. Hab ich schon gemacht. Ja, eins, zwei, drei, vier, ich trinke auch schnell, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, let's go. Und jetzt kommt das. Oh, das wollte ich gar nicht. Okay, aber... Oh, nimmst du 300? Das ist echt schwer, so. Oh, mein Gott. Meine Arme. Oh, meine Arme. Jetzt sind langsam. Seht ihr das, Leute? Okay, wie soll ich dann ein Auto fahren gleich? Okay, ich höre lieber auf. Ich setze mich kurz hinten. Oh, Leute. Ich weiß. Es tut sich gerade komisch an, aber Lena darf das nicht erfahren. Siehst du? Schaut euch mal an. Schaut euch mal an, wie saftig dieser Bug aussieht. Ich glaube, ich muss mir einen gönnen. Nein, 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 nein. Dann geht doch 200, 400, 500. Ein Ton. Ähm, hallo? Verstecken, verstecken, verstecken. Wer ist da? Was brennt hier? Pommes? Äh, Lina? Äh, Clara? Ja. Warst du dabei? Was brennt da? Was brennt da? Leute, wir müssen das aufschalten. Wolltest du dir da Pommes machen oder so? Nein, 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 nein. Wird nicht. Finger weg. Wir braten mal einmal. Äh, nein. Leute, wir dürfen das nicht essen. Oh, oh. Hast du das gerade? Oh, oh. Oh. Was hast du gemacht? Leute. Hilfe. Wir müssen aber die Bürger verbrennen. Oh, gut, dass ich ein Feuerlöscher dabei habe. Oh. Nicht nötig. Hast du den gerade weggeworfen? Ja. Nein. Oh, oh, Leute. Ich glaube, hier entsteht ein Brandtrein. Ne? Ich kann nicht. Oh, oh. Leute, was machen wir jetzt? Wir müssen schnell Feuerlöscher holen. Leute, wir müssen ein Feuerlöscher holen. Was ist das gemacht? Löschte das da gerade mit dem Wasser da? Okay, Leute, sie ist nicht da. Pizza. Oh, oh mein. Was ist? Was ist? Es piept da, Leute. Nein. Nein. Oh Gott. Boah, ich brenne. Leute. Hilfe, ich brenne. Ich brenne. Hilfe, ich brenne. Oh, endlich ist es aufgerät. Oh, ich bin verbrannt. Okay, nicht zu nah ans Feuer. Ich bin so verbrannt. Okay, ich muss es doch... Hilfe. Nein. Nein, Hilfe. Brennst du dich jetzt auf? Hilfe. Oh nein. Kannst du mich ablösen? Oh, danke. Wir müssen das jetzt oben löschen. Ja, was hast du denn auch gemacht? Oh, ich hab's schon gelöscht. Ich glaube, ohne einen Mitarbeiter machst du nie wieder Pommes, ja? Ja, natürlich. Nein, mach ich nicht. Hm. Okay. Ich arbeite hier mal. So. Ein Chicken Nuggets. Und was wollen sie? Hast du gerade wirklich den Job? Ja, hab ich. Oh. Oh, oh, Leute. Ich bin mega. Ja. Wer sagt der mit? Ich glaube, ich arbeite doch nicht. Okay. Leute, wir haben heute unser Fitness gemacht. Ich hab als Burger King arbeit... Also, ich hab in Burger King... Oder was auch... Ups. Ja. Hey, was mach ich gerade? Du hast in Burger King Feuer veranstaltet. Nein, das war McDonald's, oder nicht? Ja, doch. Happy Burger oder sowas. Keine Ahnung. Open, close. Okay, ciao. War schön mit dir. Nein, nein, nein. Zwei schöne Zeiten. Na gut, dann wird's ein bisschen Morgensport. Es ist schon abends. War los. Leute, seh ich das gerade richtig? Seh ich das gerade hier richtig? Ich glaub, ich kann's besser sehen. Ich sitz draußen. Leute, schnell, wir müssen das löschen. Okay. Oh, oh. Leute, ich hab den Feuerlöscher nicht. Ich hab den Feuerlöscher nicht. Ich hab den weggeschmissen. Nicht dein Ernst. Komm, ich hab's jetzt. Es sind zwei Feuerlöscher, dann wird's schneller. Leute, warum brennt die ganze Stadt? Ja. Oder was auch immer. Das kann ich mal. Hm, ich hab doch nichts gemacht. Kann ich. Was ist jetzt? Ich hab den weggeschmissen. Schnell noch. Hä, Leute, das geht nicht weg. Irgendwas brennt hier. Was? Ja, alles muss doch die Feuerwehr kommen. Ja. Wisst ihr was? Wir arbeiten jetzt als Feuerwehr. Los, los, los. Los, Nina, los. Los, schnitt mir hier. Das geht hier nicht weg. Ich weiß nicht, warum. Was muss hier anbrennen? Was? Irgendwas muss hier anbrennen. Ja, ich glaub, wieder der Ofen, ne? Ja. Okay, geht weg. Ja, ist weg. Oh, endlich, Leute. Ich glaub, ich hab den Feuerlöscher lieber immer in meiner Beine. Ja, ich auch. Leute, die haben hier auch nichts außer Burger und so. Okay, komm. Komm, ich muss mal ein gesundes Restaurant machen. Ich muss tanken, komm. Willst du da sitzen? Ja. Okay. Wo ist noch mal die Tankstelle? Weiß ich nicht. Okay, Leute. Ich kenn mich hier nicht aus. Wir sind hier neu hingezogen. Kann sein. Nein. Aha. Hier. Okay. Ja. Ey, du sitzt gerade genau da drauf. Das sieht so aus, als ob ich dich tanke. Ey. Ich brauch keinen Tank. Guck, Leute, das geht aber gar nicht. Okay, so viel brauch ich mehr. Hey. Jetzt geh ich mal raus. Fahr nicht ohne mich weg. Nein, ich geh karrisch. Kannst du drücken? Ja, klar. Jetzt. Wasch mich auch. Wasch im Lager. Nein. Was machst du? Ich sitze hinter dir auf. Komm schnell rein. Es wird jetzt abgedrückt, wenn nicht, dass du wegfliegst. Okay. Okay, fertig. Okay, Leute. Jetzt fahren wir nach Hause. Ich bin so todmüde. Ich auch. Was? Ich auch. Diese Ampeln hier, die werden auch nie grün. Nee, ne? Wir haben immer Pech. Immer wenn wir fahren, ist grün, aber dann, wenn wir ankommen, ist rot. Ja, nö. Oh, da wird jetzt gerot und da wird jetzt grün bei uns. Ja. Okay, let's go. Ich bin todmüde. Schnell nach Hause. Ja. Da sind wir auch. Leute, der genauso todmüde ist wie wir, das schreibt mal bitte in die Kommentare. Ich bin dann echt wirklich richtig müde. Okay. Und rein. Das war's schon mit der heutigen Folge Groblogs. Ja. Und ja, genau. Vergiss nicht, mich zu abonnieren. Und genau. Dann bis bald. Was? Ja, bis bald. Genau. Ciao, ciao. Was war das? Nee. Hä? Unser Sprichwort. Ciao, Kakao. Nein, unser Sprichwort müssen wir zusammen sagen. Eins, zwei, drei. Ciao, Kakao.